Was heißt wehtun? Wenn du es sportlich nicht schaffst nach 34 Spieltagen, dann ist das der Fakt. Das würde mir für den einen oder anderen leidtun, weil natürlich auch viel Arbeit da drinsteckt in so einer Geschichte. Aber ich denke, wir müssen uns auf uns gucken. Und wenn wir am Ende unsere Ziele nicht erreichen, dann kriegt man vielleicht auch ein bisschen... Mitleid will ich es gar nicht sagen, weil Mitleid braucht man nicht in dem Geschäft. Es ist dann so, wie es ist. Und von daher, für uns geht es am Samstag ganz klar um, das Heimspiel zu gewinnen. Im Moment tut man sich natürlich ein bisschen schwer mit der Einschätzung von einzelnen Spielern. Weil wenn du die ganze Rückrunde noch nicht einen Sieg gehabt hast, dann merkt man das natürlich hier und da auch an Selbstvertrauen von Spielern. Ich war ja gegen Berlin da, Lars Tindl hat für mich da ein richtig gutes Spiel gemacht, jetzt ist er gesperrt. Kiyotake kenne ich aus Nürnberg, das ist auch immer ein Spieler, den du im Auge haben musst. Der immer mit seinen kleinen, wendigen Haken für eine Überraschung sorgen kann. Und ansonsten ist das eine Mannschaft, die natürlich alles geben wird. Ich bin der Meinung, dass diese Mannschaft ein besseres Potenzial hat, wie ihre augenlücklichen Ergebnisse sind. Aber das nützt letztendlich nichts, irgendwann musst du den Bock umstoßen und wir wollen natürlich alles dafür tun, dass es nicht hier in Wolfsburg passiert. Und deshalb wird es, denke ich, die Aufgabe sein von Michael Fronzek, die Stellschrauben so zu stellen, dass sie das in den letzten vier Spielen lösen. Für uns idealerweise nur in drei Spielen. Nein, das würde ich jetzt nicht behaupten, dass ich genau weiß, wie er immer die Spiele angeht, weil so oft haben sich unsere Wege noch nicht gekreuzt. Nein, wir richten uns nicht nach dem Gegner. Wir müssen auf uns schauen, wir müssen gucken, dass wir unsere bestmögliche Leistung auf den Platz bringen. Das hat die Mannschaft in dieser Saison so häufig geschafft. Ja, und dann wird es für jeden Gegner schwer und dann brauche ich nicht unbedingt jetzt nach Hannover zu gucken. Im Großen und Ganzen weiß ich ja, was kommen wird. Ja, von den Spielern, die kenne ich alle und von daher ist es für mich eigentlich jetzt nicht das Interessanteste, was Hannover macht, sondern für mich ist viel interessanter, wie meine Mannschaft am Samstag das Spiel annimmt.